hallo leute und herzlich willkommen zu dem siebten tag unserer lego woche ja wir haben spannende videos erlebt wir haben in der letzten woche so viele videos gemacht insgesamt waren es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und dieses ist das zehnte video in einer woche zehn videos in einer woche zehn videos in sieben tagen oftmals haben wir zwei videos pro tag rausgehauen das ist ein mega projekt von uns gewesen wir haben uns wirklich wir haben uns da rein gearbeitet wir haben wirklich viele sachen erledigt wir haben ein mock rausgebracht wir haben ein bürgen zum selber machen ein haul video updates reden über kanal eine review und ein waffen zum selber machen in dieser kurzen zeit haben wir so viele videos produziert was uns so viel arbeit gekostet hat wir haben so lange daran gesessen wie noch nie an etwas das ist aber immer noch nicht das 300 abonnenten special ihr seht schon hier 304 abonnenten haben wir schon das ist immer noch nicht das 300 abonnenten special das dauert noch ein bisschen erst wenn wir uns sicher sind dass es dass diese 300 abonnenten wirklich bleiben also so ab 310 so bleiben laden wir das hoch und ja ihr seht ich wir sind überglücklich dass wir diese lego woche geschafft haben wir haben videos rausgebracht die oft wirklich qualität reif waren also wirklich gute qualitäten dabei waren also wir sehen hier wir haben hier ein 8 minütiges mock rausgebracht wir haben ein 13 minütiges haul video rausgebracht ein 7 minütiges birken zum selber machen video wir haben ein 8 minuten review ein 10 minuten waffen zum selber machen ein 12 minuten reden über kanal video also ihr seht schon es ist viel 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 arbeit in diesen videos gewesen und ich hoffe ihr könnt es auch verstehen wenn wir jetzt auch mal wieder eine pause machen oder so also das heißt nicht dass wir eine pause machen sondern dass es einfach eine krasse zeit jetzt war die letzte woche also gestern bis nach sechs tagen vor sieben tagen heute kommt ihr das video raus ja ihr seht wir haben uns wirklich viel mühe gegeben ihr seht nur den bildschirm hier wir machen öfters jetzt glaube ich mal eine bildschirmaufnahme das ist ziemlich cool und ja ich hoffe einfach euch hat diese woche gefallen wenn die ja dann stimmt jetzt ab oben rechts und ja das war's mit dem video 300 abonnenten special ist in arbeit es kommt bei den 310 315 abonnenten so ein wird sicher sind dass die abonnenten bleiben also ciao bis zum nächsten video abonnenten